Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Listen und mit den globalen Spuren. Markerliste und Markerspur Die Eventliste haben wir bereits kennengelernt. Darum starten wir direkt mit der Markerliste. Das ist die Markerliste. Und über diese Schaltfläche kann man die Markerspur einblenden. Marker sind in Logic-Bereiche. Man kann sie zum Beispiel in der Markerspur erzeugen, indem man den Cycle-Bereich anfasst, nach unten zieht und loslässt. Ich erzeuge einmal ein paar Marker. Alle Marker scheinen nun in der Markerliste auf. Man kann Marker auch erzeugen, indem man auf dieses Plus klickt und dann die Position und die Länge numerisch eingibt. Hier gibt man die Position ein und hier die Länge. Hier kann man dem Marker auch einen Namen geben bzw. einen längeren Text schreiben. Die erste Zeile des Textes wird auf der Markerspur und in der Markerliste angezeigt. Man kann die Markerspur im Hauptfenster aber auch vergrößern, damit man den ganzen Text sieht. Ist hier Songfolgen aktiviert, so sieht man die Markertexte in Echtzeit zum Song. So könnte man, wenn man fanatisch ist, zum Beispiel auch den Songtext oder Akkorde aufschreiben und in Echtzeit anzeigen lassen. Löschen kann man die Marker einfach, indem man sie anklickt und Backspace drückt. Man kann Marker in der Markerspur auch trimmen oder verschieben. Oder man kann sie einfärben. Hier hat man noch einmal einen Button, um einen Marker zu erzeugen. Will man mehrere Alternativen für die Markerspur anlegen, so kann man das über dieses Menü machen. Man erzeugt einfach ein neues Markerset und erstellt ein paar Marker. Man kann dann einfach zwischen den verschiedenen Markersets hin und her wechseln. Man kann sich Shortcuts definieren, um die verschiedenen Marker anzufahren. Default-mäßig werden die Tasten des numerischen Ziffernblocks verwendet. Tempoliste und Tempospur Eine weitere Liste hier seitlich ist die Tempoliste. Man kann nicht nur für den ganzen Song ein pauschales Tempo auswählen, sondern man kann auch Tempowechsel und Tempoverläufe programmieren. Dies macht man entweder über die Tempoliste oder über die Tempospur. Zur Tempospur gelangt man, indem man hier die sogenannten globalen Spuren über diese Schaltfläche einblendet. Sollte die Tempospur hier nicht angezeigt werden, so klickt man eine der globalen Spuren mit der rechten Maustaste an und wählt Globale Spuren konfigurieren. In der Tempospur kann man einen Tempoverlauf einzeichnen. Diese beiden Zahlen geben den Tempobereich an, der in der Spur dargestellt wird. Innerhalb dieser Grenzen kann man nun einen Verlauf einzeichnen. Man erzeugt einfach mit dem Stift einen Punkt, um das Zieltempo einzuzeichnen. Klickt man nun diesen Eckpunkt an und zieht, so kann man den genauen Verlauf der Tempoänderungen einstellen. In der Tempoliste kann man die Position des Tempo-Events genau bearbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und man kann über dieses Menü wieder unterschiedliche Tempo-Sets erstellen. Auf diese Weise kann man schnell unterschiedliche Versionen eines Tempoverlaufes vergleichen. Über das Menü im Bereich Spuren mit Bearbeiten, Tempo gelangt man zu verschiedenen Funktionen, die das Tempo betreffen. Diese sehen wir uns aber nicht mehr im Detail an. Bitte arbeite die Funktion bei Gelegenheit selbst mit der Bedienungsanleitung durch. Taktart und Tonart Eine weitere globale Spur ist die Spur für Taktart und Tonart. Der obere Bereich der Spur zeigt die Taktart und der untere Bereich zeigt die Tonart. Mit einem Klick mit dem Stift in den jeweiligen Bereich kann man einen Wechsel erzeugen. Alle Wechsel scheinen auch in der Liste Taktart-Tonart auf. Auch in der Liste kann man Wechsel erzeugen. Man wählt einfach hier aus, was man erzeugen möchte und klickt dann auf das Plus. Außerdem kann man in der Liste alle Einträge bearbeiten. Die Taktart wirkt sich auf die Einteilung des Taktlineals aus. Sie hat aber keine Auswirkung darauf, wie Material abgespielt wird. Die Tonart wirkt sich zum Beispiel darauf aus, welche Tonhöhe Apple Loops bekommen, wenn man sie ins Hauptfenster zieht. Aber auch die genaue Darstellung in der Notation in Bezug auf die Vorzeichen hängt von der eingestellten Tonart ab. Die Transpositionsspur Es gibt in den globalen Spuren auch eine Transpositionsspur. Man kann hier zum Beispiel einen Song ab einem bestimmten Zeitpunkt um zwei Halbtöne nach oben transponieren. Diese Stufe entsteht automatisch, weil wir zu diesem Zeitpunkt einen Tonartwechsel definiert haben. Die Transposition betrifft die Wiedergabe von MIDI-Regionen und Apple Loops. Audio-Regionen folgen der Transpositionsspur nicht. Die Filmspur Die Filmspur dient zum Abspielen von Videos. Man kann eine Videodatei einfach über Ablage, Film, Film öffnen, importieren. Das Video wird dann in der Filmspur angezeigt und kann positioniert werden. Angezeigt wird das Video in einem eigenen Fenster. Man kann die Größe dieses Fensters ändern, indem man es mit der rechten Maustaste anklickt und eine Größe auswählt. Über dieses X kann man das Fenster schließen. Und über einen Doppelklick auf die Videoregion kann man das Fenster wieder öffnen. Auch im Informationsbereich wird eine Vorschau des Videos angezeigt. Man kann das Videofenster auch öffnen, indem man hierhin einen Doppelklick macht. Die Arrangementspur Eine weitere globale Spur ist die Arrangementspur. Man kann hier einfach verschiedene Bereiche im Song definieren. Um das Arrangement des Songs später zu verändern, kann man die einzelnen Bereiche einfach nach Belieben verschieben. Oder man kann Bereiche löschen. Die Beatmappingspur Die Beatmappingspur ist nützlich, wenn man mit Material arbeitet, das ohne Metronom frei eingespielt wurde. Solches Material enthält Temposchwankungen. Mithilfe der Beatmappingspur kann man Tempowechsel im Logic-Projekt erzeugen, die genau den natürlichen Temposchwankungen des Materials folgen. Somit läuft dann das Metronom von Logic synchron zum frei eingespielten Material und man kann arbeiten, als ob es sich um ein Material mit konstantem Tempo handeln würde. Damit wir sehen, was beim Beatmapping genau passiert, blende ich auch die Tempospur ein. Diese Region wurde frei eingespielt. Wenn ich die Region auswähle, werden in der Beatmappingspur die Transienten der Region in Form von Linien angezeigt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Daten bereits einmal für die Flexbearbeitung analysiert wurden. Ist das noch nicht geschehen, kann man die Analyse manuell einleiten. Und zwar in der Übersicht Projekt über Audio-Datei Audio analysieren für Flexbearbeitung. Würde es sich um eine MIDI-Region handeln, würden Linien für die Note-On-Befehle angezeigt werden statt für Transienten. Die Linien hier oben sind die einzelnen Beats vom Taktlineal. Um die Tempospur von Logic an das Material anzupassen, muss man lediglich definieren, welcher Beat des Taktlineals welchem Transienten in der Region entspricht. Hierfür zieht man einfach die Linie des Taktlineals auf den gewünschten Transienten. Wie man sieht, wird die Tempospur automatisch angepasst. Auf diese Weise kann man manuell die komplette Spur durchgehen. Es gibt im Zusammenhang mit dem Beatmapping auch noch einige weitere Funktionen. Wer des Öfteren mit frei eingespieltem Material arbeitet, sollte sich das entsprechende Kapitel in der Bedienungsanleitung durchlesen. Wir wollen es bei dieser kleinen Einführung belassen. Die Masterspur Über Spur, Masterspur einblenden, kann man sich eine Spur für den Output-Kanal anzeigen lassen, den man als Stereo-Out definiert hat. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, Summen-Plugins zu automatisieren. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert. Vielen Dank. Danke.